Raus aus der Wohnung, rein ins eigene Traumhaus. Für die Familie Hilmer wurde dieser Traumer mit einem Swiss-Haus Wirklichkeit. Ich finde ein Haus ist sowas, wo man irgendwie zur Ruhe kommt. Wir sind in der heutigen Zeit oft so hektisch unterwegs und ein Haus zu haben bedeutet für mich auch irgendwie zur Ruhe zu kommen und einen Platz zum Ausruhen zu haben, aber auch einen Platz zu haben zum Ausleben von den Träumen, sich Gedanken zu machen. Unsere Idee war, wir wollten möglichst viel Platz haben für Freunde. Deswegen haben wir auch einen großen Wohn- und Essbereich geplant. Wir sind beide, oder zumindest ich nicht, wir sind ja besonders handwerklich begabt. Insofern haben wir eigentlich so einen Generalkontraktor gebraucht, der uns eigentlich alles macht. Zum einen wollten wir aber auch ein massiv gebautes Haus haben und wollten eigentlich unsere Wünsche auch ziemlich gut realisiert haben und trotzdem alles aus einer Hand. Und die drei Dinge hat eigentlich Swiss-Haus perfekt weitergegeben. Wir haben sich um alles gekümmert und das war wirklich genial. Um alles gekümmert ist bei Swiss-Haus dabei, wörtlich zu nehmen. Selbst bei der Grundstückssuche sind die Swiss-Haus-Mitarbeiter unterstützend aktiv. Von der ersten Idee über die Umsetzung in der Planung, über die Absprache mit dem Bauamt, mit den Behörden bis zur fertigen Realisierung, bis zum Einzug und auch weiter danach. Es ist absolut alles möglich. Wir sind ein Architektenhaus. Wir können jede Art von Einfamilienhaus oder sonstige Häuser bauen und umsetzen. Baut wird Stor auf Stor in Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern. Swiss-Haus als Generalunternehmer koordiniert und überwacht als. Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei Swiss-Haus. . . . . . . .